Kaffee aus Togo für 1,50? Was soll denn das sein? fragt Alwine angriffslustig, blickt von einem Probedruck der Getränkekarte auf und fixiert ihre Schwester. Oder schweigt. Mit solchen Schleuderpreisen ruinierst du dich und meinen Ruf. Die Wilhelmi servieren keine preiswerte Plörre. Wenn schon afrikanischer Kaffee, dann nimm wenigstens Bergkaffee aus Äthiopien. Aber den kannst du nie und nimmer für 1,50 servieren. Afrikanischer Kaffee gibt Oder verwirrt zurück. Auf ihrer Karte gibt es keinen afrikanischen Kaffee. Ha, du kennst also nicht mal die eigene Karte, triumphiert Alwine. Hier steht es doch. Coffee Togo. Auch noch auf Englisch, reichlich affig. Bei Wilhelmis wird aus Tradition nur die Kölner Mischung von Chamon ausgeschenkt. Der besten Rösterei weit und breit. Oder kontrolliert die Karte und lacht. Alwine, das ist ein Druckfehler. Es muss heißen, Coffee to go. Kaffee zum Mitnehmen. Wir haben eine Menge umliegender Bürohäuser. Schön für dich, entgegnet Alwine unbeeindruckt. Aber von Kaffee wird niemand satt. Du hast keine Genehmigung für den Außerhausverkauf von frisch gebackenem Brot, Brötchen und Kuchen, oder? Schließlich spielst du nur die Bäckermeisterin. Sie streift Odas gewürfelte Hosen und die Klocks mit angewiederter Miene. Wobei du wie immer übertreibst. Auf diese Einwände ist Oder vorbereitet. Wir dürfen hausgemachte, abgepackte, belegte Brötchen, Salate und vorgekochte Gerichte verkaufen. Nur Kuchen servieren wir ausschließlich im Café. Das nennst du Kuchen? Buchweizenmuffins? Quitten, Kürbistart, Möhrenkuchen? Hast du dir das ausgedacht? Nein, das sind Dorka-Spezialitäten. Vor allem der Möhrenkuchen. Du musst ihn versuchen. Er ist einzigartig. Möhrenkuchen? Das klingt wie direkt nach dem Krieg, als wir nichts Anständiges hatten. Fehlt nur noch Kastanienbrot. Also ich weiß einen Möhrenkuchen durchaus zu schätzen, wirft Hilgmar von seinem Platz zwischen den Schwestern aus vorsichtig ein. Meine verstorbene Frau hat zu Ostern immer Kastanienbrot ist eine wunderbare Idee, setzt Oder das Duell mit Alwine fort. Wir wollen uns nämlich auf vollwertige Backwaren spezialisieren. Natürlich wird es auch eine Sündenecke geben. Dorkas Schokobrownies sind ein Gedicht, ganz was anderes als altmodische Sahnekuchen. Ehrenfeld entwickelt sich mehr und mehr zu einem jungen Viertel. Sie lehnt sich betont entspannt in ihrem Stuhl zurück und schlägt elegant die Beine übereinander. So elegant, wie das in Bäckerhosen und mit Klocks an den Füßen eben geht. Verflixt. Sie hätte sich umziehen sollen und kämmen. Richtig schlampig fühlt sie sich. Ganz der wild gewordene Handfeger, wie Alwine sie früher gern genannt hat. Ihre Schwester ist ihr in Chanel deutlich überlegen. Ein junges Viertel, so, so, hakt Alwine nach. Dafür habt ihr aber eine reichlich antiquierte Einrichtung, meine Liebe. Sie lässt den Blick durch den Raum schweifen, mustert Regale mit alten Tee- und Kaffeebüchsen, einen Vorratsschrank mit Fliegengitter hinter schiefen Türen, Küchentische mit Drechselbeinen und Besteckschubladen. An einem Ohrensessel mit Patchwork-Bezug bleiben ihre Augen hängen. Ich hoffe, da sind nicht die Motten drin. Und dazu diese Regale. Überall blättert der Lack ab. Sie verdreht die Augen gegen Decke und entdeckt einen Kronleuchter aus leeren Weinflaschen und Glasscherben. Herrje, hast du diesen Krempel vom Sperrmüll? Keineswegs, feixt Oda. Vintage- und Designermöbel kombiniert mit Flohmarktteilen. Man nennt das Schäbischick. Wir wollen eine lässige Atmosphäre erzeugen, die zum Verweilen einlädt. Wen? Stadtstreicher und Tippelbrüder? Also wirklich Oda, ein wenig mehr Stil hätte ich selbst dir zugetraut. Das alles war nicht Odas Idee, meldet sich hinter Alwine eine junge Frauenstimme zu Wort, sondern meine. Guten Morgen allerseits. Mit reich beladenem Tablett nähert Dorcas sich dem Tisch. Da sind sie ja. Oda freut sich und wendet sich ihrer Schwester zu. Das ist Dorcas Mendel, von der ich dir erzählt habe. Sie hat in Amerika Innenarchitektur studiert, sorgt fürs Marketing, kann fabelhaft backen und ist überhaupt die beste Mitarbeiterin, die man sich wünschen kann. Oda lehnt sich zurück, gespannt auf die erste Reaktion ihrer Schwester. Völlig unverhofft schlägt Alwine einen sehr höflichen Ton an. Oda schwant, dass das nichts Gutes verheißt. Sie kennt doch ihre Schwester. Guten Morgen, Fräulein Dorcas. Wie schön, sie endlich persönlich kennenzulernen, flötet die. Hilgmar, wo bleiben deine Manieren? Würdest du dem reizenden jungen Mädchen bitte das Tablett abnehmen? Das ist viel zu schwer und es gehört sich nicht, dass eine künftige Geschäftsführerin hier einfach Servierkraft spielt. Hilgmar macht Anstalten, sich zu erheben. Oda sinkt in sich zusammen. Sie hatte ihre Schwester doch extra um Stillschweigen über die Geschäftsführerpläne gebeten. Zumindest in Dorcas Gegenwart und bis die Kreditfrage geklärt ist. Ich als Geschäftsführerin, wundert sich Dorcas prompt. Ich bin schon dankbar, dass mich Oda überhaupt in die Backstube lässt. So ganz ohne entsprechende Ausbildung. Und dazu die hübsche Dachwohnung oben. Ohne ihre Schwester stünde ich auf der Straße. Ha! Kommt es triumphierend von Alwine. Dorcas ist eine ausgezeichnete Köchin und backt mit viel Liebe, beeilt sich Oda zu versichern. Stimmt, sagt Dorcas arglos. Ich backe leidenschaftlich gern. Nach Dr. Oetkers Schulkochbuch nehme ich an, mummelt Alwine abfällig. Oda überhört es angestrengt. Dorcas hat bereits in diversen Gaststätten gearbeitet. Tingeltangel war's bestimmt, argwöhnt Alwine, während Dorcas hinter der Theke eine chromglänzende Kaffeemaschine in Gang setzt. Trägt die am ganzen Körperringe? Oder furcht tadelnd die Stirn? Dorcas beginnt Platten mit warmen Brioches und Miniaturkisch aufzutragen. Ich habe schon in vielen Gaststätten gearbeitet. Im Ausland. Aber von Einkauf, Buchhaltung und dergleichen habe ich keine Ahnung. Eher wie komme ich, Dummele, dann nur darauf, dass Sie hier Geschäftsführerin werden, sagt Alwine und fixiert mit grimmiger Faszination und Dorcas beringte Augenbrauen. Verdammte Schlange, denkt Oda und spürt Zornesröte in ihren Wangen aufsteigen. Äh, Dorcas, das mit der Geschäftsführung sollte eine Überraschung sein, stammelt sie. Den Einkauf mache selbstverständlich ich. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Mein Geld verschleudern konntest du schon immer, als gäbe es kein Morgen, schnaubt Alwine und greift mit spitzen Fingern nach einem Brioche, führt es schnuppern zur Nase. Und für die Finanzdinge, redet Oda weiter, werde ich einen externen Buchhalter engagieren. Und womit willst du den bezahlen, kontert Alwine. Er ist ein alter Bekannter von mir. Ach so. Alwine spitzt ihre Lippen wie eine sauer-tüpfische Gouvernante. Nun, alte Männerbekanntschaften hast du sicher reichlich. Nur schade, dass nie ein Bäcker darunter war. Odas Gesicht nimmt eine ungesund bleiche Farbe an. Alwine, bitte, fleht Hildmer. Während Dorcas ihm Kaffee einschenkt. Ist doch wahr. Oda hat nicht den Hauch eines Geschäftsplans und will mein gutes Geld verplempern. Soll ich dem armen Nils etwa diese Rumpelkammer und Schulden dazu vererben? Oda schließt verzweifelt die Augen. So schnell wollte sie dieses Thema nicht auf dem Tisch haben. Am besten, sie hält jetzt den Mund. Im Schweigen ist sie Alwine eindeutig überlegen. Nils ist nicht arm, alt Hildmer ihr zu Hilfe. Dankbar spürt sie seine Hand auf ihrem Arm. Nein, auf ihrem Handgelenk. Der Schlawiner fühlt doch tatsächlich ihren Puls und redet dabei weiter. Es läge meinem Sohn auch völlig fern, sich in Odas Geschäftsideen einzumischen. Dieses Café gehört zum Unternehmen Wilhelmi, erwidert Alwine scharf. Dagegen hat Oda nie Einspruch erhoben und darum habe ich unser Stammhaus in mein Testament aufgenommen. Schließlich bin ich immer für Renovierungs- und Prozesskosten aufgekommen, wenn sich hier wieder mal ein windiger Mieter eingenistet hat oder der hergelaufene Fremde, die Oda für Geschäftsführer hielt. Bitte entschuldigt mich kurz, murmelt ihre Schwester und eilt zur Toilette. Hildmer erhebt sich abrupt. Krachend fällt sein Sessel um. Kann man hier nicht mal in Ruhe frühstücken, protestiert Alwine. Setz dich, Hildmer. Oda schließt die Tür hinter sich und sucht in ihrer Hosentasche nach den Nitrattabletten gegen das Gefühl der Enge in der Brust. Ihr Herz beruhigt sich und damit ihre Gedanken. Geld für einen neuen Backofen kann sie sich auch bei der Bank oder Hilgmer borgen. Notfalls kann sie eine Hypothek auf das Haus aufnehmen und ein Testament kann sie ebenfalls ohne Alwines Zustimmung aufsetzen. Genau. Sie nickt und öffnet lautlos die Tür. Das Café gehört ihr, hört Oda einen ungewohnt energischen Hilgmer sagen. Oda darf damit machen, was sie will. Genau wie Nils mit seinem Leben. Hör endlich auf, dich in anderer Leute Leben einzumischen. Gute Freunde sind Gottes Entschuldigung für Verwandtschaft, denkt Oda erleichtert. Sie schenkt Hilgmer ein dankbares Lächeln. Was du einmischen nennst, nenne ich sich kümmern, wettert Alwine. Mit gerade mal 17 Jahren hatte ich die volle Verantwortung für Oda, diese Bäckerei und den Rest vom Ganzen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre das Unternehmen Wilhelmi längst Geschichte. Oda muss zugeben, dass Alwine damit recht hat. Allein ihrem Geschick und ihrer angeborenen Tyrannis ist es zu verdanken, dass Ferdinands Bäckereien die Nachkriegszeit überlebt haben. Darauf wäre ihr Vater sehr stolz gewesen. Es hätte ihn glücklich gemacht. So wie Alwine. Mit fast 85 Jahren solltest du einsehen, dass Menschen nicht deine Marionetten sind, schimpft Hilgmer. Vergiss endlich einmal die Firma. Es gibt Wichtigeres. Nicht für mich, sagt Alwine. Sehr leise, sagt sie das und sieht mit einem Mal so verloren und niedergeschlagen aus, dass Oda den Arm um sie legen möchte. Am Tisch kehrt bedrückte Schweigen ein. Ein lautstarker Krach wäre Oda lieber. Die geschrumpfte Alwine gibt Oda das Gefühl, gefattert tot säße, grinsend mit am Tisch. Er hat das Gesicht von Heinrich Gimmler. Es scheint der Preis für ihre Rückkehr hierher zu sein, dass sie immer wieder an ihn denken muss. Ach, wenn sie ihrer Schwester nur einfach die Wahrheit sagen könnte, über ihr malades Herz und über den ganzen elenden Rest. Vielleicht würde Alwine dann verstehen, dass das Café Ehrensache keine Laune ist. Vielleicht würde sie sich sogar mit ihr darüber freuen. Nein, das kann sie nicht. Die Wahrheit ist zu scheußlich. Brauchen sie mich noch? will Dorcas die Situation retten. Ich würde sonst gerne oben die Flyer für die Eröffnung entwerfen. Ja, gehen Sie nur, meine Liebe, sagt Oda erleichtert. Wir sind bestens versorgt.